Guten Tag Leute, willkommen zu unserer ersten Folge Temple Master vs. Death One 2048 Ich habe ja schon das erwähnt, dass wir das vorhaben und so jeden Monat kommt jetzt eine neue Folge, wo wir in irgendeinem Spiel gegeneinander antreten Das erste Spiel ist natürlich Left 4 Dead, ist klar Wir wollten eigentlich Battle 4 2 machen, aber irgendwie zickt das Spiel bei mir ein bisschen rum und letztlich nicht starten Warum? Man weiß es nicht Und naja, deswegen haben wir uns jetzt erstmal für Left 4 Dead entschieden Und ja, dann wünsche ich wirklich mal viel Spaß dabei Wollen wir mal gucken, was hier so schönes passieren wird Ich glaube, ich fange als Bill an Mal wieder Echt? Da muss man aber drauf warten, bis ich die Sound auf Dickster gestartet habe dann wenn wir in den Gäden sind, bevor du rausgehst Wäre nett Bevor...ja, ok, klar Ok, gut Dann brauchen wir mal auf Start Und ab geht die Fahrt Jo Der Flug, meinst du? Ja, der Flug...naja, eher weniger Äh, ja... Ich werde gleich mal versuchen, das abgestürzende Flugzeug reinzustellen, als du klickst hier Weiß ich mal im zweiten, beim Finale dann Ja, ok Kann ich mal schön aufnehmen, auf mal bessere Perspektive Das hat ja letztes Mal nicht so ganz hingehauen, weil wir etwas gezögert haben Du hast das ja für Musik gehalten, ne? Ja, ich so, hä? Was ist denn das? Plötzlich, nee, nee, brrrr Kommt das riesen Ding da runter Ja, hab ich auch nicht mitgerechnet Dann vielleicht noch eine ganz kurze Info, ähm... Äh, äh, äh... So, ähm, ja, bist du dann soweit, ich meine, ich rücke mich hier mit 31, 32 Bildern pro Sekunde durchs Spiel, aber... Naja, es geht halt nicht anders Bis man eine andere Grafikkarte, da ist, äh, wird es wohl nicht besser sein, äh, besser gehen Scherz auch Ja, schon, wird mir aufgenommen Oh, sehr schön Alles klar, los geht die Dingsbums Oh, was ist das denn losgekommen? Oh, was ist das denn losgekommen? Ey, was ist denn... Was? Was? Jetzt schon? Was ist das denn, Alter? Rennen kann er Rennen kann er Rennen kann er Rennen 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 Oh, Gott, ey Scheiße Ah, geht doch Ich muss nochmal zurück Oh, wo war das denn jetzt? Ey, Ari, warte doch Oh mein Gott, böse Erste Hilfe finde ich gut Rennen Holy Shit Ich kann mich nicht bewegen Hallo? Ich dachte, du wärst schon weg Yeah, Zombies Oh, was ist das Oh, Leiter O, ich glaube noch mehr Ähm da bleibt schweiz für die Stadt und soll er aber mit mehreren Stadte die Jürgen die Welt der Gäste da noch steht aber das wird ja ich irgendwo die Ester schön gewartet die Busser zu hinter uns vor uns Ach du Scheiße, ich bin jetzt am besten, ne? Ich glaube, ich soll meine Munition nicht so beschweren. Boah, ey. Bin zu doof. Bin zu doof. Wo ist die Witsch? Oh, egal. Dimmel. Dimmel. Geil. Warum kann ich die nicht treffen? Bist du ein Vermutbar oder was? Na, ich habe es aber. Ich hab nur einen ganz kleinen Mann. Boah, sind meine... Oh, die sind aber richtig beschränkt. Da haben wir irgendwelche komischen Partikel durch die Gegend. Ja, super. Sind die so doof? Wieso schießen die nicht auf dich? Boah. Wo kommen die alle her? Ja. 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 Wollte Bescheid. Fuck, schweiß weg. Ja. Nicht die nur Munition ist ja behindert. Hallo, warum lobe ich nur zur Seite? Oh, mein... Das ist alles gar nicht, aber auch spannend. Das ist der Mordi-Mitsch. Super! Na gut, ich fall's auf. Oh, ich will so scheiße. Genau da steht die Witch. Was denn? Da ist sie. Ja super, ich bin tot. Geil. Das ging ja schwer. Boah, warum steht die behinderte Witch hier? Ich hab die nicht mal gesehen. Ich renne immer an die Witch. Kann ich jetzt noch mal spawnen oder was ist jetzt? Nein, ich bin Sport. Aber okay, okay, jetzt nicht. Mensch. Die erste Runde geht ja nicht und die zweite bestimmt auch. Glaube ich nicht. Das war der Lackgraf. Vielleicht wüsst du mich ja auch. Okay. Okay. Kommst du so gleich jetzt mal als Tank? Könnte ein bisschen süßiger laufen. Laufen. Yeah, der Smoker ist echt das Unnütz... Nützlichste, was es gibt. Nicht unbedingt. Ja, finde ich schon. Ja, ganz toll. Nicht mal als Tank kann man was bewirken. Hm. Boah ey, wär ich nur nicht in die Witch reingelaufen. Ja, das reicht. Nicht gut, sag ich mal. Oh nö, oh nö. Ich komm doch auf Boomer. Ich bin durch da. Oh ja, toll. Ja. Du bist da ja nicht hier. Es geht nicht hier. Das ist 4. Oh, das ist 3 im Moment. Und ich könnte mir auch wieder hier in der Serie wieder sehen. Was finde ich heute nicht? Ja. ja super wie soll ich denn da noch rankommen scheiße so